Leroy Sané liebäugelt offenbar mit einem Abschied vom FC Bayern im Sommer. Das berichtet die Sportbild. Demnach denkt der 27-Jährige darüber nach, ob er seinen Vertrag in München noch einmal verlängern soll oder nicht. Mögliche Abnehmer könnten Real Madrid und der FC Barcelona sein. Sanés Vertrag in München läuft noch bis 2025. Wie die Sportbild weiterschreibt, hat es bisher noch keine Gespräche zwischen Sané und Verantwortlichen des FC Bayern über seine Zukunft gegeben. Der Flügelstürmer wechselte 2020 von Manchester City an die Isar. Aktuell spielt er seine bislang beste Saison im Dress der Münchner. In den ersten sechs Bundesliga-Partien traf Sané bereits fünfmal. In der Form wird der FC Bayern ihn vermutlich nur ungern ziehen lassen.